Tesla Model Y Long Range, hier ein kleiner Testpfad mit 80% Akkustand am Start. Wie weit kann ich entsprechend hier einen voll beladenen Anhänger voll mit Holz, ich sage einfach mal so 750 Kilo, entsprechend transportieren? Wie weit komme ich so realistisch im Wintermodus? Also Winter heißt hier entsprechend so 8 bis 10 Grad hatte ich ungefähr. Die Strecke war 200 Kilometer und ich wollte mal schauen, wie weit komme ich entsprechend mit dem Fahrzeug. Natürlich laden kann ich unterwegs schon, aber ich wollte einfach mal schauen, wie weit komme ich. Ja, und der Verbrauch war doch relativ hoch. Bei nach 210 Kilometern entsprechend habe ich doch tatsächlich entsprechend hier 52% Akku verloren. Ich bin aber entsprechend natürlich noch gut nach Hause gekommen, hier entsprechend 210 Kilometer, 52% Akkuverbrauch. Das ist schon durchaus beachtlich, würde ich sagen. Sprich, mit einem vollen Akku würde ich jetzt so knapp 350 Kilometer weit kommen. Ist das jetzt viel, ist das jetzt wenig im Wintermodus? Ja, ja, kann ich jetzt so schlecht beurteilen. Allerdings würde ich sagen, ja, so 53 Kilometer im Anhängermodus würde ich entsprechend hier im Winter kommen. Das finde ich eigentlich noch ganz okay so. Man kann natürlich auch zwischendurch immer mal wieder laden. Aber naja, das sieht natürlich jeder ein bisschen anders. Trotzdem alledem, ich war durchaus sehr zufrieden. Der Akku hat ganz gut durchgehalten und ich bin entsprechend mit sehr guter Reserve hier bei mir dann zu Hause angekommen. Deswegen kann ich entsprechend auch hier das Tesla Model Y hier auch auf Langstrecke mit Anhängerbetrieb durchaus empfehlen. Vielen Dank fürs Zusehen und auf Wiedersehen.